Willkommen zurück zu Rettet der Ehe 4 jetzt gehen wir in die Bahn rein jetzt geht es in die Achterbahn wo geht es nur mal hin hoffentlich nicht ich gehe jetzt zu dem Ding hin sagt wenn du da X drückst ja hatte genau und kommt dann drücken wir jetzt X genau ich setze mich jetzt auch hin weil der da sitzt aber sie sagt auch noch so ich hoffe die Idee wird in dem Ding noch nicht schlecht ich setze mich jetzt genau scheiße wir sind da das ist nur das ist nur ein Dings ich dachte jetzt wird hier rumgeballert anscheinend nicht ja genau ich auch Gran Salon große Halle gibt es da hinten noch was oder war da was vom Looten da rechts ich gehe die Treppe hoch genau ich gehe jetzt auch die Treppe hoch ich mache auf aufgeschlossen aufgemacht hier ist eine Speicher Dings genau brauchen wir nicht genau mache ich hier auf genau hier ist nichts weiter ich mache auf nur eine Kiste war da ne ja wo sind wir hier ich gehe rechts lang rechts geht auch lang alter es geht ja überall lang ja genau wollen wir erstmal rechts hier dann haben wir den die Ecke hier abgesichert hier rechts und dann links hier ist ja hier ist ein große Tor hä hier waren Leute oder was waren wir schon ich mache das mal auf ja ich mache das mal auf ach da sind wir hier sind wir da oben ist der die Schieße oben ja wieso sind wir hier wieder geh ich wieder zurück ich auch die kommen da aber zurück auch jetzt geht die Tür zu warte mal ich gucke nur wer wenn da alles mitgekommen ist jetzt da kommt gar keiner bei mir ne genau die sind wir zurück die Tür ist nur offen die steht der steht da ja dann die Treppe hoch oder was oder die andere Tür hier hinten mal checken wo ist denn eine andere Tür da geht es hinten noch so durch so eine braune große Tür wo die große Tür ist ich habe aufgemacht oh mein Gott oh mein Gott scheiße welche Tür denn links oder was unten die braune große Tür oh mein Gott ja genau oh was ist denn hier los Alter der schreit da wieder rum die Tür ist wieder zugegangen sie geht auf die kommen alle wow 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 da ist der Typ da unten den töte ich jetzt hä mein Gott oh Mann er macht immer meine Waffe weg der ist verrückt oh ich muss mal Leben nehmen meine Güte was macht ihr denn hier Leute komm her du komm her du Fixer der haut ab der Fixer da hinten wow wie haut der ab nee jetzt kommt er wieder ich bin hier drin in dem Raum wo die alle waren ja ich auch ich habe keine Muni mehr oder was wow super ich habe auch kommen noch Muni okay geht noch ich check mal den Raum hier ab warte hast du den schon hier sind die wir haben wir doch schon mal warte mal die Ashley ist tot äh fast hier waren wir auch schon mal hast du sie getötet nee er lebt noch ja genau wir müssen zurück sieht man ja auf der Karte ich muss erstmal Ashley aufheben danke da ist er hin hatte ich muss hier noch looten hier sind noch Sachen zum looten wie wo wieso weißt denn du jetzt wo wir hin müssen warte hier sind doch noch Sachen überall zum looten ne hier in dem Raum ich weiß nicht nö hier waren wir auch schon mal so ne Kisten sind doch hier so noch wo wir den jetzt getötet haben ach hier waren wir schon mal ja ach guck mal hier können wir jetzt was rein machen ne hier in dieses in den Kasten das können wir jetzt aufschließen bestimmt welche Kasten ach ne da fehlt uns da fehlt uns was da wo der Typ drin war der war doch hier unten so ein Typ der den wir getötet haben den roten Mann und rechts da ist so ein Kasten aber den können wir noch nicht aufmachen aber links ist auch noch so was das ist so den Kasten links ist so ne Truhe alter wie kriegt man denn die auf da kommt er auch nicht ran da muss man von oben reinspringen ne seh ich grad da oben ist so ein Schacht da ist nämlich die Tür zu und da oben so ein Schacht ach so ich hab die schon aufgemacht wie hast denn das gemacht das hab ich das letzte mal gemacht da oben warste und bis da runter hier gegenüber musste die Leiter rüber ach so ja genau ach hier sind wir ja genau jetzt seh ich sehr erst genau ich hol mir den mal den Schatz das ist ja krass dass die dann immer wieder kommen anscheinend ne ja wir müssen aber auf jeden Fall dann wieder zurück da hinten zur Tür sieht man auch auf der Karte ich spring jetzt hier rein oh ich hab mich irgendwie das komisch gedreht was ist hier die Treppe hoch was gibt's denn hier in der Kiste ach so eine goldene Sanduhr ach so dann ist man hier oben ähm bist du jetzt wieder zurückgegangen hier die Treppe hoch ne wir müssen nicht die Treppe hoch wo müssen wir denn hin dann sind wir einfach da oben wir müssen wieder hier rechts und links rechts geht auch auf die Tür ne hier und dann da durch den Spalt oder was ne 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 warte mal guck doch mal Karte genau warte in welche Richtung wir müssen Richtung Wasserhalle Richtung Burghof Richtung Wasserhalle warum da vorne ist dann noch noch was zu looten hast du das auch schon oder was was denn da ist so ein Diamant mit Ausrufezeichen vor mir wenn ich da zu Burgtor ach bei Audienzsaal ja genau ja das ist das Ding was nicht aufging wo wir die keinen Schlüssel haben eben ach so ok ja und wir müssen ach so zurück also wieder die Treppe hier hoch diese Treppe hoch na wieder zurück wir kommen doch da von der Treppe oder was ich guck mal auf die Karte ja genau wir müssen hier hin wo wir eben die Tür aufgemacht haben wo wir auch schon mal waren wo die alle gekickt haben ganz am Anfang noch scheiße wie bist du da hingekommen ach so da genau da müssen wir durch guck doch Karte das ist die Wasserhalle da müssen wir durch da kommt man zum Burghof und dann da hinten so durch ah das ist die Wasserhalle genau ich mache jetzt auf und dann ist da die Wasserhalle und dann müssen wir kämpfen jetzt gegen alle wahrscheinlich schon speichert ja auch wenn man es aufmacht ja jetzt geht es hier wieder los ich renne los direkt ach rechts hier steht direkt einer der schwindt wohl du sauer ich habe den abgestochen ja ich auch ich laufe hier lang nicht losgegeben genau ich gehe rechts lang aber gehen da hoch lass sie doch hochgehen und die töten die haben alle Loot ja jetzt hier hoch da kommt der mit der mit der Sensor genau die kommen hier angerannt ganz schön wild Mensch wird locker direkt so okay sind nur zwei oder? nee ach da hast du hier richtig hoch ne ach hier oben sind sie alle alter alter nein der hat sie gepackt der spinnt wohl lass dich mal ganz schnell lass dich mal schnell den Bogen komm herr so ach hier sind da noch mehr in der Mitte da kommt es mit Dings aber ich gehe erstmal da hoch da schießt er rüber die Sau komm Ashley da ist er ey ich hab doch abgewehrt was soll denn der Scheiß doofig sei ich stech dich ab dafür komm du Sau sag alter wo ist echt wie Rambo habe ich den umgebracht mit dem Messer so andersrum kann man nämlich auch hier andersrum komme ich an zu ihm kann man nämlich auch so schneiden so von der Seite auch ist das krank scheiße den stech ab ganz leise ich gehe weiter da ich habe den gemeuchelt den rechten hier der hier lag ich gehe hier vorne weiter wo wir vorhin äh wo vorhin das letzte Mal waren hier achso durch die ich gehe über die Brücke über die Brücke ne ich laufe jetzt auch über die Brücke komm Ashley ich gehe jetzt die Treppe hoch genau ich mache die Tür auf genau aha hier sind wir jetzt warte mal auf Karte gucken nochmal achso dann müssen wir jetzt links und dann rechts zum Burghof ne naja genau hier rüber klettern wieder oder ist die Tür offen er ist offen okay die ist offen jetzt geht's genau dann geht's hier lang dann geht's jetzt links oder rechts da ist der Händler hinten in der Ecke ne genau da brauchen wir doch jetzt nicht oder oder brauchen wir den ich freue mich nicht und jetzt gehen wir geradeaus weiter achso ja da sind so Mistviecher uah alter hier kommen die Wölfe angesprungen ja ich muss mal hier wieder money craften wow naja du Mistvieh ich hab's abgestochen beide abgestochen die Hunde ja genau das ist deswegen bin ich hier gerade so abgegangen okay jetzt sind wir hier wo wir gerade waren krass jetzt müssen wir da wieder hoch ich hab den gestochen während der so gesprungen ist ja ich auch zack voll in die Fresse gestochen und jetzt wo lang müssen wir geradeaus ne einfach ja genau wieder die Treppe da hoch ne genau ich lauf gerade die Treppe hoch hoffentlich ist das richtig aber zeigt die Karte ja doch so okay ich mach Tür auf ja achso jetzt sind wir ja bei dem Typen guck wir sind einfach weggefahren mit der Bahn und wir waren ja die ganze Zeit richtig guck mal hier links da hast du schon geguckt ne wir sind jetzt komplett wieder zurückgelaufen ja meine ich ja das war dumm dass wir da mit der Bahn gefahren sind guck mal hier ist nur ne Lampe zum abhauen rechts cool hier so ein Engel hat die in der Hand neben den Rundschuhversuch da ging es gar nicht doch voll übertrieben wie hier ist noch im Schrank Munition ja hab ich schon lass mal die Treppe hier hoch voll bescheuert wie die die ganze Zeit da rumstehen ne hier gehts weiter genau Treppe hoch genau ich sehe die Statue da müssen wir was ran machen müssen wir irgendwas finden drei Teile ne genau hat er ich mal mich da ist ein Reier an der Wand sagt er wenn man da ran geht boah die stresst voll dass sie die ganze Zeit so ö ö ö ö macht hier oben ist noch so was blaues ganz hinten in der Ecke wenn du hinter der Statue oben wo ist denn so eine blaue Scheibe achso hier ist auch ein Rattenbericht oder so ach da ist die blaue blaue Scheibe mehr hast du nicht gefunden ne ne die blaue ne dann jetzt hier ist die Tür die geht auf die Tür die kleine wollen wir erstmal da rein ja genau die Tür ja lass da rein da sind die Ratten ich nehme mein Messer man muss nur drei töten eins von drei boah die stresst immer doll die Frau die soll mal hier chillen ich habe eins hier ist der Speisesaal guck mal hier was denn hier eine Schlangenstatue sagt er ne ja genau hier ist Anweisung geben wie denn wie denn bei der wo denn hier an dem Stuhl dann setzt sie sich da hin und isst oder was sie hat sich da jetzt hingesetzt nö hier vom Kamin oder was achso hier an linke Seite der Stuhl ja genau setz dich da hin setz sie überall kann man ihr ne Anweisung geben ja die soll mal da bleiben ich stresse voll ab mit ihrem rumgestellende da die ganze Zeit hier ist noch ne Vase hinten so hier ist noch Kräuter hinten Schießpulver und da oben ist noch ne blaue äh Dings Wo oben? Hier oben äh zwischen der Gardine warum trechne ich das nicht jetzt Du musst bei dem Tisch bis nach hinten hingehen Ich weiß nicht so eine nette Begleitung Ist das ein Kompliment? Das überlasse ich nicht Sehe ich nicht Das letzte Fenster wenn du wenn du geradeaus Ich bin am Fenster Ich bin davor wo die Gardinen sind das letzte Fenster Ja und dann guck da hoch und dann geh mal so seitlich und rechts und guck da oben so an der Gardine die sind da das ist dazwischen die blaue Ach so da so versteckt Ja krass da muss man so schräg stehen Ja mein ich ja da musst du so gucken Verrückt Vielleicht haben hier bei der anderen auch ne das das nicht Hier ist sonst gar nix ne Hier kann man nur plaudern mit der ne Ja Am besten wartet die hier Hier ist sonst echt nix Alles abgecheckt Gehen wir wieder raus und lassen dich hier sitzen Ja genau Bleib schön sitzen da Genau Die kommt eh dann wenn wir rausgehen fertig Ich bin jetzt hier draußen Genau und dann hast du die Treppe hier direkt hoch Rechts ne? Ja genau Die hatte ich schon Genau Gehe ich hier geradeaus weiter Dann kommt hier wieder ne Tür Ist ja cool dass sie gar nicht dabei ist Da kommt sie wieder Genau Da kommt sie angerannt Hier rechts kann man reingehen Genau Lass rein Guck mal da vorne steht so ein Ritter Ja dem müssen wir bestimmt kämpfen gegen die Ritter hier Als kugelsichere Weste nehmen die Rüstung Welche Bisschen zu altmodisch für meinen Geschmack Sie macht so Witzchen Ja genau Bisschen zu altmodisch Hier in den Schränken und so über Loot Kleiner Schlüssel im Schrank Ist ja ein bisschen zu altmodisch Gehe ich mal da vorne zu dem Ritter Die erwachen doch gleich Kleiner Schlüssel Und dann geht's hier so runter Hier ist Kraut auch auf dem Tisch ne? Speichert Ist Kraut auf dem Tisch Und ist hier noch was blaues vielleicht aus dem Fenster wenn man raus guckt Kann ja bestimmt so wieder versteckt sein Ne Wo sind wir hier? Ich geh zu dem Ritter hier vorne Guck mal wie die aussehen die Ritter Ich geh jetzt hier runter ne? Ja genau Was ist denn? Aber nicht da runter springen Ne Ich lauf hier Was ist denn das? Speichert Ja wir müssen da runter ne? Warte hier sind so Glampen Oben Was ist das? Hab ich schon angeguckt Ist nix Achso Jetzt bin ich runtergesprungen Weil ich nix gedrückt hab Scheiße Und hier oben ist noch ne ne Dings Kannst du wieder hoch? Alles klar Sei vorsichtig Ich loot erstmal hier Guck mal hier Ich hab da noch ne Scheibe An dem Schwanz vom Pferd kann man was machen Achso warte noch Hier oben war noch ne Hier war noch ne Scheibe Ja ich spring auch unter jetzt Hä was macht der denn? Warte da oben Okay Alles klar Hier abbrechen Wo war noch ne Scheibe? Oben Bevor du runterspringst Achso da Ne Du musst da links an der Lampe stehen Also da Wenn die doch Wenn die reingekommen sind Zoll da links so ne Lampe Achso da ich sehe es von hier unten Na Und dann da oben Da wo Ashley steht auch Ne Genau Ich versuch mit Scout Gewehr Hier mit dem Mit zoomen Ach hier sind ja noch Vasen überall Ach die trocken Ne Hier unten sind voll viele Vasen Ja genau Stimmt Die hab ich auch noch gar nicht Das muss man dann mit Ashley zusammen machen Ne Und am Löwenkopf kann man auch irgendwas machen Löwenkopf Den müssen wir nehmen Ja den nehm ich auch Jetzt Ab da Was passiert? Jetzt kommen die Jetzt kommen die wieder alle Und die Da die Rüstungsmänner Achso hinter mir Alter Die sind verrückt Wow Wow die sind ja wirklich verrückt Geil Einzelschuss Ihren Kopf weggeschossen Alter Sehr geil Waffe hier Oh da kommt noch mehr Da kommen 37 Wow Alter es brennt hier Sie sind völlig verrückt geworden Alter hat mich wohl getroffen Vorleben Hallo? Ja ich bin am kämpfen Ganz konzentriert Achso Ich muss mein Leben machen Ich muss mein Leben machen Schuss Du rostiges Stück Scheiße Oh Scheiße Ich bin kein Muni Du Dreck-Sau Da kommt noch mehr Buenas noches Caballeros Antonio Caballero Alter sind drei Stück Hm Immer auf die Schwachstelle Ballern Die mögen das Laternfeuer nicht Dann kannst du den Helm abmachen Abkicken oder so Was? Geh da hin und kick die Die Dinger ab Und dann kannst du da Den Kopf wegballern Alter Alter Ich komm da nicht klar auf die gerade Ich hab keine Muni mehr Scheiße Ich muss kurz Pause drücken Mein Kopfhörer ist rausgefallen Genau Bin grad am gucken Was ich kristen kann Ich bin wohl ein bisschen Ich hab nur 10 Muni hier von Pistole Du Sauer Hast du sie? Ja ich hab die schon Ich warte auf dich Hast du die? Genau Jetzt? Ja ich guck auch mal Ob ich was kräften kann Alter Muni ist immer weniger Ah hier ist noch Pistolen Muni Am Rand gewesen Hier liegt dann immer so ein bisschen rum Muss man so gucken Okay Ja Dann kurbeln wir jetzt hier ne Zusammen Hilf mir mal Die Tür auf Gut Nee wir müssen sie ihr helfen runterzukommen Ja ich hab ich doch schon Achso ich mach jetzt grad aufkurbeln Ich dachte du bist auch schon mit ihr hier unten Mein Held Sagt sie so Ich hab schon mal aufgemacht Sag wenn du dann da aufgemacht hast Genau Jetzt kurbeln sie Also drücken Genau Was ist denn hier drin Genau Gehen wir mal rein Guck mal die sind da auch wieder so ne Missgeburten Rechts und links Ist ja wie bei dem anderen Resident Evil ne Ja man Seltsamer Quader Quader Irgendwo ist hier ne Ratte Wo denn Hast du sie gefunden Ach da Zack ich hab sie Nur noch eine ne Ja hoffentlich haben wir grad keinen verpasst Ja hoff ich auch Okay dann geh ich hinten zur Tür Ich mach auf Genau hier ist noch Was zum Looten Wo sind wir Ach hier kommen wir jetzt raus Okay Ja ist doch gut Kann man auch speichern Ah genau Ja genau passt Krass Ja jetzt haben wir die Tür offen Achso Lass doch erstmal hoch zu dem Tiger Da können wir vielleicht schon was einsetzen Welcher Tiger Na die Statue meine ich Achso wieder zurück Ne hier hoch Ja genau Hier hoch Zu der blauen Treppe Die blaue Treppe hoch Ja genau wo das Die Statue ist Genau da mach ich jetzt Den Kopf ran Falls es geht Genau hab ich auch gemacht Passt perfekt Sagt sie Da kommt Dann bauen wir noch zwei Teile Komische Musik kommt hier Guck mal sie hängt da so fest bei mir am Schrank Jetzt kommt sie Geht ja wenn die nicht so viel machen Aber gerade hat die immer Stress Macht die gesagt Das ist gar nichts los auch Wir laufen doch da ganz normal Dann gehen wir zum Händler rein und speichern Ne Oder erstmal zu ihm hin Ja genau mal gucken was wir verwalten Tauschen können wir auch anscheinend wieder viel Guck mal acht Spindel haben wir Weil wir einen anderen Auftrag auch gemacht haben Guck mal Höchstleistungsziel Fernrock Guck mal Ja da gibt's Das sind so special Sachen Hab auch gesehen genau Das ist sowas wie aus den Automaten da Ein schwarzer Ich behalte noch ein paar Edelsteine Tunen Was hab ich denn? Ich hab nur 13.000 Ich kann gar nichts verkaufen Ne hab gar nichts Äh die goldene Sanduhr Die hab ich ja jetzt erst gefunden Ich kaufe fast Ja Das hab ich nix Schmuckkäfer Oh der Schmuckkäfer Ich kann gar nichts machen Schau da MP-Money kann ich nochmal craften Da hab ich am meisten von MP-Money Alter Ah mit Das Messer Guck mal es gibt ein Spezial-Upgrade Irgendwann auf das Messer Was ist denn das? Ja hab ich auch gesehen Da gehörst du Zeit Bei manchen Waffen Ich hab nur das als Gesehen Dass man das als Trophäe bekommen kann Hab ich gesehen Äh Sowas Spezial-Upgrade Machen Ja das ist krass Das kommt dann irgendwann Da muss man aber mehr scale Und dann kommt das wahrscheinlich Ich hab nur noch 4000 Punkte Schade Ja Ich hab mir jetzt nochmal Angriffskraft für das Messer Ich hab jetzt da 4 Dinger drin in dem Messer Krank Ich weiß gar nicht wie viel Und 3 Haltbarkeit Ich hab 3 Beim Messer Angriffskraft Und 3 Haltbarkeit Genau so hatte ich auch davor Ich hab jetzt nur Angriff Ich hab kein Geld mehr Hat dann Speicher ich Was ist denn das? Hier kann man auch was reindrücken Guck mal hier hinter uns Das können wir jetzt aufmachen Was denn? Mach das noch bevor du hier abspeicherst Hier so ein So ein Würfel Ja wir müssen den so richtig reinmachen Achso Ja Habs Cool Dann verkaufe ich den jetzt Dann hast du auch wieder Geld Achso erstmal zusammensetzen Ja zusammensetzen Achso Achso Hä schaff das nicht Doch schaff das Hast du wohl einen Glücksgriff Nein Man sieht es doch voll Oben Ich hab mich einfach Ja genau Aber dann Achja das Könnte gehen Ne es geht auch nicht Doch du musst nur so gucken Dass dieses In der oben Das obere passt Dann passt das alles Genau dieses X Aber das gibt's doch zweimal Das gibt's hier auch Ne nicht X Das ist so Ja dieses V Ja genau Na ich hab so gemacht Dass es oben passt Und dann unten auch so passt Ich hab einfach nur auf die Zacken geachtet Dinder 2 Achso Ja du musst es halt So genau so drehen Das war ein Würfel Ja so Okay Können wir es gleich verkaufen ne Ne Da fehlt mir ein Ein Sockel Ich hab zwei rein gemacht Und einer fehlt Ein runder fehlt mir Achso Ja genau Mir auch Okay Dann speichere ich jetzt Ja genau Ich geh auch mal hier Und das speichert Genau So Feri